Hallo Ali, wir sind's wieder, die Schmatz aus dem rostigen Städtchen der Lenkbach im Wienerwald. Wir begrüßen euch herzlich zu... Schmeckt so, da ist es vegan. Wir tasten heute für euch eine vegane Wurst von Fantastic Foods. Genau, das machen wir. Und mein Sohn hat gerade festgestellt, die hat keinen Namen. Fantastic Foods, vegan, italien, vejona, hat kein Ende, die wächst nämlich nach. Vegane Wurst am Stück auf Basis von Weizenprotein nach Salamiart. Sie hat einen Namen, aber das kann ich keine aussprechen. Gut, dann werden wir das mal testen, oder? Bei dieser Runde wird der Wett, die Nebengeräusche sind vom Wunsch. Der hat Wurst gewittert. Die Verpackung ist schon mal sicher. Ui, die spritzt! Habt ihr mir Salami gesehen, die spritzt bei dir? Ui, aber hallo! Vielleicht ist da auch noch viel Öl drinnen. Schauen wir mal. Sie schaut aus wie die Kalibu. Ich? Eine feste Kalibu. Ja, die aus Farbe. Wasser. Nur Weizenprotein, 18,5 Prozent, hauptsächlich Wasser. Na, schauen wir mal. Wer ist denn ein... Ups, verzeihend. Ich? Ich! Ich! Ausschaut sie exakt wie die Kalibu. Spannend, oder? Ja. Sie riecht wie Unterfutter. Ich brauch die gerne wieder. Mh, die riecht auch nach Speck. Nach Speck? Ja, okay. Der Ansatz. Ich mach's weiter. Und ihr könnt selbst das auch mit Literalentarn in der Speck. Mh. Vielleicht sollten sie die Pfanne halten. Mh. Frau Doktor, Sie werden hier überteilen. Haben Sie auch dann gehofft? Es schaut wie dieses fertige Kotzenfurt aus. Hab ich recht? Schmecken tut's ein bisschen wie Speck. Der Nachgeschmack ist wie Speck. Sehr gut. Aber irgendwie lecker. Sehr gut. Nur ein bisschen schauffer, aber sonst lecker. Ich weiß zwar nicht, wie Salami schmeckt, aber ich glaub sicher nicht, dass es nach Salami schmeckt. Als Salami ist es definitiv nicht mehr die Kernungfee. Aber der Geschmack ist jetzt nicht so schlimm. Es schmeckt ganz gut. Nur mit Salami hat's überhaupt nichts zu tun. So ein bisschen nach Geräuchert, ganz leicht. Ja. Das Gusto-Stück gab's mal. Das können wir euch leider nicht zeigen. Aber so im Entfertesten an das Gusto-Stück. Und die Grundrespanse ist ein bisschen weicher. Das Problem ist, wirklich beurteilen kann man es erst, als ob man auf dem Brot liegt. Durch die Magik der Vorbereitung habe ich bereits Brot vorbereitet. Ja, deshalb können wir das nicht Brot essen. So machen wir das. Das ist gar nicht so schlecht. Ich bin auch gerade etwas entsetzt. Sie ist nicht scharf, sie stört nicht beim Essen. Ja. Sie stört nicht. So machen wir das, wie es am Brot ist. Ja, das brauchen wir wahrscheinlich. Ich koste als erstes. Auf jeden Fall spritzt sie. Ja. Eine Spritzwurst. Die kann man mit einem Spritzsack auftragen. Nein, aber die ist schon recht fest. Also die Frage ist wirklich, wenn man das gebratet, tut das dann schwer. Ja, muss man gebraten, oder? Das werden wir heute nicht machen. Ich glaube, das ist wie es auf der Pizza gibt. Auf der Pizza ist das sicher. Ich beginne mit den Tesseln. Also optisch gibt es nichts. Also optisch ist eine Katastrophe. Da ist Handlungsbedarf, ja? Da ist Handlungsbedarf. Okay. Ich lasse mal. Oh, das ist so, mein Mensch. Ich gebe jetzt mal wieder. Da, 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 da. Also ein Ami-Brot soll das jetzt sein. Mit Margarina, also. Es wird nichts drauf am Boden. Die wirft schon, dann kann man es versichern. Naja, sie ist nicht so aufträglich, das ist ja positiv. Und mich hat wirklich interessiert, als ob einer Pizza. Also wie gesagt, Salami ist es nicht, dafür ist viel zu wenig Geschmack da. Da ist Handlungsbedarf, sage ich mal ganz tierisch. Das ist wie ein festes Streitwurst. Ja, also essen kann man es definieren. Also essen ist auch kein Problem, das kannst du sogar ganz verschlucken. Das ist überhaupt nicht das Thema. Aber Salami wird auch ein bisschen scharf im Nachgeschmack. Aber dann danach wieder Speck. Sie ist kinderfreundlich. Eine kinderfreundliche Fleischersatzwurst. Dann kann man die streiten. Man kann sie streiten. Das ist so wie Kornküpp. Kornküpp. Das ist doch so ein Kornküpp. Ja, genau. Na ja, also es ist ein bisschen zu weich. Das kann ich auch noch mal nicht sagen. Nein, wir werden jetzt was anderes essen. Wir können die ganze Zeit nur Salami essen. Das macht ja nicht. Dein Urteil schmeckt ja nicht wie süß, gell? Mir schmeckt das besser. Eis was? Was? Als die Mayonnaise? Nein, als... Fleisch. Als die Kartoffel. Als die Kartoffel. Als die rohe Kartoffel. Ja. Nino? Ich empfehle euch. Nehmt das mit in den Kindergarten und in die Schule. Genießt die Wurst. Und? Am besten ins Mayonnaisebrot hinein. Und eine Mayonnaise-Settel, wo noch dieses Brot, diese Wurst drinnen ist. Das wird gut schmecken. Okay. Frau Schmack? Wir haben schon einige salamiartige, vegane Würste getestet. Immer das Problem, dass wir die zu scharf sind. Das kann ich bei dir überhaupt nicht sagen. Das ist ein großes Würstchen, wie Salami hat. Allerdings schmeckt sie halt auch gut. Der Geschmack ist ganz gut. Die Konsistenz ist schmutzbedürftig. Der Geschmack ist ganz gut. Das ist ja ein bisschen Salami. Na salami auch schön. Na salami auch. Na salami auch. Aber ganz viel. Das sind drei verschiedene Sommeln. Ihr wisst schon warum, das geht doch. Ja. Und jeden Brat. Ja. Puh. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Alle sind schon begeistert, weil es riecht nach Speck, haben Sie festgestellt. Ich habe auch vorhin gesagt, dass es riecht nach Speck. Nicht gut ist? Vor Verzehr nicht erhitzen. Nicht gut ist, dass es riecht nach Speck. Nach Achtung. Hier braucht es aber lange nicht. Das ist ja auch heiß am Eis. Meins? Ich dachte, das schmeckt nicht. Hummer ist der beste Koch. Ich glaube, das ist kalt besser. Optisch ist es besser heiß, geschmacklich nicht. Oder? Ich gebe es ja völlig recht. Mein Sohn gibt mir recht. Streit es den da im Kalender an. Mein Sohn gibt mir recht. Das wäre ein Beginn. Ach ja. Du hast es vor. Nino, was sagst du? Mir schmeckt es gleich gut. Nur ich schmecke es so ein bisschen mehr als Speck, finde ich. Du hast gesagt, es geht so. Also man kann es essen, aber die Chance, dass ich deswegen jetzt am Abend zum Kühlschrank gehe und die aufschneide, ist nicht so groß wie bei einer Braten. Das sage ich jetzt mal. Ja. Oder beinahe steckt das Speck mit ein. Also, die Fleisch ist dabei die beste Verwendung dafür, dass es aufs Dorot zu riesig ist. Gut. Dann werden wir das mal so liegen lassen und hoffe, ihr seid jetzt nächste Woche wieder dabei. Nächste Woche gibt es wieder Fleischersatz. Wer hätte das gedacht? Lecker wird das. Wir freuen uns. Bis später. Bis dann. Hoffentlich liegt es nächste Woche nicht nach England an. Schauen wir mal. Bis später. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Hier auf diesem leckeren YouTube-Kanal. Bis dann.